Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Was machen wir? Wir machen uns bereit. Wir hatten den Plan, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Sie müssen mitmachen. Und wenn ich Nein sage? Dann überzeuge ich Sie. Schauen wir mal, wen wir hier so haben. Wir haben ein paar Superkiller. Ein Mann mit atemberaubenden Aggressionsbewältigungsproblemen. Ein Halbgott. Einen Supersoldaten. Und mich. Gentlemen, was seid ihr bereit zu tun? Nicht böse sein, aber ich spiele nicht so gern mit anderen. Ein großer Mann in der Rüstung. Nimm sie weg. Was bist du dann? Ein Genie. Wer der Playboy-Wohltäter? Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Wir sind kein Team. Wir sind eine Zeitbombe. Wenn wir die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie rächen. Da musst du noch trainieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020